Was ist nun los? Nyauuu Au du Nicht los hin Warum könntest du nach oben zu klettern? Ich bin glaube ich, da ist die Feuerwehrstation, die Polizeistation und da war glaube ich das Auto oder? Ja Ja Nicht weit weg davon Ja Blutig? Nein Fuck Das Ich bin tot Ich glaube hinter mir ist einer hergelaufen in der Shotgun Also der Schuss hat sich sehr nach einer Shotgun angehört Ja ne Soviel zu dem Thema wieder noch Komm lass mich im Berenzino rauskommen Bitte Schön wärs Achja Elektro ist die Hellenstadt ey Dann lass doch woanders hingehen Ja Wohin? Wenn ich heute dann Wann anders vielleicht Genau Nordwestlich Wir können ja mal zum Devil's Castle Scheißhaus besuchen Meinst du da ist jetzt was los? Ne Genau deshalb Ja 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 Ich bin ein Elektro ey Ja Ja Ich will etwas essen Boah die wollen immer was fressen Ich weiß nicht warum das hier jetzt so am Leggen ist ey Ich geh mal ein bisschen zum Wasser vielleicht, das ist besser Zwei Kräne Und ein paar, drei Kräne hab ich Ach das ist dieses komisch geformte Ding an der Ja An der Küste Damit kann ich jetzt leider nicht so viel anfangen Das ist eine Polizeistation Komisch geformte Dinge an der Küste Ich geh erstmal zur Polizeistation Wo haben wir Elektro nochmal? Oh Hier laufen ein, zwei, drei, vier, fünf Schienen lang Hat Elektro zwei Polizeistation Wo haben wir Elektro nochmal? Da Elektro hat Ne ich kann nur eine hier sehen Aber zwei Feuer Station Null Frames Och Du darfst nicht spielen Ne Beruhig dich mal wieder ey, was ist denn los? Dankeschön Knicklichter Ich fass es nicht Ganzer Raum voller Knicklichter Ach nö, das ist nur so ein olles, so ein Visier für nen Helm Ich dachte das wär ein kompletter Helm gewesen Noch ein Visier für nen Helm Noch ein Visier für nen Helm Noch ein Visier für nen Helm Oh 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 Police Uniform Jacket Das ist doch schon mal was Feines Ihr zieht das an Nein, das zieh ich nicht an Das ist hässlich Das ist hässlich Weißt du noch? Früher Am Neubau Ja, wo du runtergefallen bist Ja, genau Dann gehen wir doch mal hin Die guten alten Runterfallzeiten Noch mal ein bisschen runterfallen Da waren auch immer relativ viele Zombies, ne? Mhm Mhm Jetzt ist hier gar nix Ja, ist sowieso im Spiel irgendwie Ich glaub die haben die abgestellt hier auf dem Server Fänd ich gut Ich find's ein bisschen schade, da geht was vom Spiel verloren Ich bin doch eh nur genervt Ich hätte lieber drei Zombies, die versuchen mich zu fressen, als einer der mich erschießt Ich hab nen Helm gefunden Da kann ich bestimmt das Visier dran machen, geil Was war das denn ganz unten, ne? Ja Irgendwo oben Da oben ist Da ist der Neubau Da ist der Deinhard Kann ich das? Gorka E Gorka E Ja Hier auf dem Neubau ist gar nix Wie? Da ist nix Da ist nix Wie geht's dann mal voll ab? Nein, hier nicht Hier ist alles Ruhig Man könnte fast sagen, tot Achso, ich wollte ja sagen, wo ich jetzt bin Da vorne ist ein Mordschild G-P-Drein-Ho 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 Irgendwas Nyo G-P-Drein-Ho Hattest du Wasser in der Nähe? Ja G-P Und Gleise Ich find grad nix, was G-P-Drein-Ho heißt Nicht, also G-E-P 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 G-P G-P-Drein-Ho 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 So, da ist eine Strasse. Ne, warte mal. Wo steht denn hier Berenzino mit 3? Verstehe ich nicht. Ja, Berenzino ist ziemlich lange. Achso, ok. Das geht vom, ähm, vom Meer bis ins Landesinnere quasi, alles verbunden über eine Straße. Was war das jetzt? Make a Garden Plot. Jetzt hat sich irgendwie alles verändert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier alles viel größer geworden ist. So, wo treibe ich mich denn jetzt rum? Oh, hier sind... So, ich bin wieder in der Stadt jetzt. Kann dir allerdings nicht hinaus... Dann geh ich... Kann... Bist du nah an der Polizeistation? Äh... Ne. Boah. Ich bin weit davon entfernt. Aber das kriege ich hin. Dann laufe ich dir mal entgegen. So, ich bin jetzt da an dem Laden. Also, ich bin jetzt an dem, an dem einen Laden. Dann ging es ja mit der Straße so bergab zu dem zweiten Laden. Ja, irgendwie ist das hier... Ich glaube, das ist hier nicht Berenzino. Hm. Jedenfalls kommt mir das Nisch bekannt vor. Ja. Sobald du irgendein Geschäft findest oder sonst irgendwas, kannst du ja kurz durchgeben. Ja, wenn das hier nicht am rumkacken wäre. Ich glaube, ich war heute noch nie in dem Shop drin. Nö. Ich war zweimal drin und wurde einmal erschossen. Schön. Dachte ich mir da auch. Alles eine Feuerwehrstation. Ja. Hab ich auf dem Schirm. Siehst du die? Auf der Karte sehe ich sie. Aber noch nicht im Spiel. Da muss ich noch ein bisschen laufen für. Wo muss ich denn hin, wenn ich bei der Feuerwehrstation bin? Hast du die auf der rechten oder auf der linken Seite von dir? Wenn du auf der Straße stehst? Ähm, auf der rechten. Dann musst du die Straße in die Richtung weiterlaufen. Dann solltest du irgendwann auf mich treffen. Gucken wir mal in die Ferne. Vielleicht kann ich die hier erkennen. Ich habe eine braune Hose an, ein blaues Polizeiding und ein Helm mit Visier. Schön. Ich habe mich so gefreut, dass ich was gefunden habe. Oh, hier ist glaube ich gerade an dem Pub vorbei. Kannst du irgendwie so einen hohen Schornstein sehen? Zufällig? Da vorne läuft jemand. Ich bleib mal stehen. Jo. Okay. Was ist denn für einen Schornstein? Ja, jetzt ist er hinter ihm. Ach da! So, wir sollten mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwo einen Brunnen oder sowas finden. Was zu essen habe ich dabei. Ja. Wenn du was brauchst. Ja. Bitteschön. Nur was zu trinken habe ich noch nicht. Kann ich leer essen? Wenn du es brauchst, ja. Ja, also ich. Ich habe noch eine Banane und taktischen Speck. Was ist noch drin? 48% EAT Wo bist du hin? In das Haus. Ich bin jetzt aber gerade wieder raus. Hat dich gereimt. Rein tut er auch noch. Was ist das denn? Cooking Tripod. Achso. Und ein Portable Gaslamp. Ein vor allem. Ach. Ach du hast auch so eine tolle Jacke an. Ja. Nice. Und so einen tollen Helm. Ah, deiner ist glaube ich besser. Ein besserer Verfassung als meiner. Den, den du jetzt auf hast, hatte ich zuerst auf und habe dann gesehen, ach guck mal, da gibt es auch einen ganz. Hast du den auf dem Dach ausgezogen? Ja. Habe ich wirklich deinen an. Ikea Stühle. Schön. Oh. Oh. Machst du das? Jaja. Mann ey. Ich hab tatsächlich die Tür bewegt, ich fass es nicht. Oh. Ich krieg da mal voll Schiss, wenn ich dann irgendwie was knallen höre. Wo sind denn die zwei Shops? Äh. Die Straße runter war aber nix drin. Punkt 308, also auch die Punkt 308. Punkt 22. Mann. Ich find immer die falsche Munition. So, jetzt wo wir hier stehen. Wo bist denn du? Wo wollen wir denn hin? Ich stehe direkt rechts von dir. Ah ok. Wo wollen wir denn hin? Ins Landesinnere. Ins Landesinnere. Mhm. Okay. Wir sind... Äh. Da. Es gibt eine Straße, die führt direkt ins Landesinnere. Aber da ist nichts. Also schon ins Landesinnere, aber in Kaff rein. Hier gäbs Gorka. Ist da irgendwas? Feuerwehrstation und ein Auto. Läuft. So, dann müssen wir wieder zur großen Straße zurück. Na, die da müsste das sein. Und dann... Äh, die Richtung. Hoffe ich doch mal. Aber ja, da sind wir uns ja begegnet irgendwo. Ja, genau.